Die Sendung wurde live untertitelt. Die Sendung wurde live untertitelt. Nur wenn ich Todesangst habe. Ryan, welche Freude, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch, Scheichermatt. Das hier ist meine Assistentin, Elizabeth. Ich bin entzückt. Die amerikanische Diplomatie verfügt über solch anmutigen Charme. Ich bin sehr erfreut, Elizabeth. Ich bin sehr erfreut, Elisabeth. Ich will nicht länger stören. Wir reden später, Amatt. Ja, bis dann, Ryan. Er hasst mich. Er würde mich wohl am liebsten erstechen. Aber ich glaube, du gefällst ihm. Sehr schmeichelhaft. Ich muss Hände schütteln gehen. Bleib ruhig und misch dich unter die Leute. Du weißt, was du tun musst. Ja, Botschafter. Wie schön, Sie hier zu sehen. Ich brauche einen ruhigen Platz. So, ich hoffe, dass der Epi jetzt hier wieder alles sehen kann. Siehst du dich nicht bewegen? Ja, ja, sehe ich das. Jetzt sehe ich wieder alles und höre auch alles normal. Weil irgendwie gibt es hier gerade heute nur Probleme. Ich weiß nicht, mit der Verbindung mit Steam, mit dem Internet. Ich habe keine Ahnung. Was, 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 was? Was stand da jetzt gerade? Also er steht hier. Ja, das wäre vielleicht ganz gut, wenn ich wüsste, was ich überhaupt machen soll. Erkläten? Ist alles okay? Ähm, keine Ahnung. Ja. Nein, nein, doch nicht. Ich bin echt nervös. Folge dem Plan. Der Rest läuft dann schon. Such dir ein Versteck und zieh das Ding einfach durch. Klar. Was ist denn der Plan? Es wäre ganz schön, wenn ich mir mal aufgeklärt werde. Also irgendwas mit der Tür oder was das da ist. Ach so, Männer, Weibler. Okay. Aber sie hat keinen Schleier. Sieht ja auf. Hört ja auch nicht dazu. Ja. Ich bin echt nicht dazu. also in golden und die kummer mit stoff da drauf jetzt hier in deutschland was zu drei toiletten reinsetzen ja ja sie muss überlegen glaube ich keine ahnung ich weiß ja doch nicht mal was sie machen soll das ist ja das problem ich dachte jetzt ich gehe auf hilfe und dann sagt er denkt an den plan ist das machen einen bist du bereit da ist ein großes bild in einem der oberen räume dahinter ist ein safe die dokumente die wir suchen sind da drin aber es gibt wachen und kameras also sehr vorsichtig verstanden du bist auf nein du bist auf toilette und ich muss doch ja ich versuche gerade aber ich komme nicht durch mit mir kommt man durch die wände durch muss möglich irgendwo anders durchkommen ich gehe mal durch die wand das aber meinst du so ein bild was im im flur hängt also in dem in der halle das glaube ich nicht da ist auch nichts zu machen da kann ich nichts dran machen seid so trusormäßig irgendwie aus ja 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 warte mal was haben wir hier da ist ich meine das ist wahrscheinlich in irgendeinem raum ist hier aus security ähm mal gucken ich gehe mal rein weil der ist so bläulich irgendwie kann ich da irgendwas machen ne also direkt angehen jetzt ist keine zeit für spielchen suche ein büro ich soll ein büro suchen ein büro mit dem porträt des scheichs da ist es das was blau ist hier muss es sein bist du musst zuerst die wache ablenken okay ach das sind guck mal damit nimmt er irgendwie auf und so ja ja und der passt ja dann auf und das hat er gesehen wenn ich da gemacht habe also ich muss ihn irgendwie ablenken warte mal der guckt fernsehen oder ich nehme die taste ich nehme den Becher und jetzt kann ich hier das machen guck mal jetzt ist er pausiert die kamera das heißt wir können jetzt kann niemand mehr das hauptbüro überwachen wir sind sicher ja ich denke mal das ist ja hier oben irgendwo also eine von denen ah warte mal wer ist gelb den kann ich glaube ich steuern dann ich meine ja die steuern kommt es rein ist ja immer blau echt aber warum ist der jetzt achst du mal pass auf halten du kannst andere leute nicht berühren wenn du jemanden kontrollierst oder warte mal ne ich geh nochmal weil der stand ja hier vor ich guck erstmal hier nochmal nach weil da war gerade konnte ich reingehen weil das ob das das büro war ne das ist nicht das büro anscheinend hm dann gehen wir mal weiter kann man hier reingehen ja aber eine doppelte für ein büro ach da ist es doch anscheinend ja irgendwo muss ein schalter sein um das spiel zu bewegen such ihn meistens haben die doch sowas an irgendeinem vielleicht an ihrem schreibtisch irgendwo versteckt dass sie sowas aufmachen können ja auf jeden fall wird dir der wenn nur angezeigt wenn du da bist weil er natürlich immer links oder was rechts da drumläuft jaja das wartij da war was w Connie achso das war das war ja toll nein Du sollst einen Schalter suchen. Du sollst nicht alles durchsuchen. Oder vielleicht am Bild selber. Nee, das ist noch was. Hä? Ja, nun mach doch mal. Ja, wo bist du? Ei. Nee, ernsthaft jetzt? Am Büro. Habe ich doch gesagt. Oh, ein Dolch. Kann ich den nehmen? Nee, du kannst nur drücken, denke ich mal, oder? Ja. Der drückt noch nicht mal. Nee, der hat's. Super. Oh. Oha, da brauchen wir eine Hand für. Okay, der Typ. Da musst du jetzt X drücken. Ach so, ja klar, X ist aber auf dem Controller. Ja, aber das ist doch nur eine Wache. Der wird doch keinen Zugriff da drauf haben. Wir brauchen den Typ selber. Warte. Bring die Wache hier raus und öffne den Safe. Nee, okay. Bring die mal raus. Ja, aber die meint jetzt ihn damit, oder? Bring die Wache hier raus. Ja, ja, ihn soll ich rausbringen. Ja, dann würde ich den wieder da hinstellen, wo er vorher stand. Oder? Nee, ich soll rausgehen. Mach schon einen. Hat der Name sie dann. Okay. 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 Jetzt lesen wir die Dokumente. Beeil dich. Ich kann nicht mehr viel länger. Okay, nicht bewegen. Die kann Arabisch? Wollte ich gerade auch fragen. Die kann Arabisch und dann auch den Kopf. Ach. Muss ich gedrückt? Muss ich jetzt gedrückt halten, oder muss ich? Ich drück doch die ganze Zeit auf die Tast. Oder muss ich die doch gedrückt halten? Drei. Was? Ich muss die wirklich gedrückt halten. Du musst besser. Teil. Left shift. Zwei. Eins. Ich hab meine Tage. Das kommt aus der Nase. Geil. Die gehen einfach so in die Toiletten rein, oder wie? Ja. Sehen Sie, ich kann nichts tun, um Ihnen zu helfen. Fehlklöp. Warum hat die die Zettel mitgenommen? Jetzt muss ich wieder drücken, anstatt gedrückt halten. Ja, irgendwie. Aber die scheint ja dazu zu gehören, ne? Bist du jetzt wieder bei mir? Ich bin wieder da, ja. Warum fühle ich mich dann so scheiße? Sieht voll alt aus jetzt von dir, ne? Ja, das stimmt, ja. Hast du das Bake-Up auch? Du weißt ja, beim Nasenbluten immer nach vorne und nicht nach hinten. Na, das nach hinten ist falsch. Nach hinten ist schlecht, dann geht das ja da. Hallo? Kann ich hier noch irgendwie was abtrocknen oder so? Du kannst den Hand-Dryer benutzen, ne, doch nicht. Ich denke mal auch kein Handtuch. Ja, ich hab jetzt mein ganzes Gesicht nass, weiß, aber du kannst hier nichts benutzen, um dich mal irgendwie zu trocknen, also. Jetzt. Die sieht aus, als ob sie gerade die Wehen hat oder sowas. Ja. Hi, mir geht es gut. Ich hab nur irgendwas anderes Falsches gegessen. Jody, bist du klar? Fass mich nicht an! Ich will jetzt gehen. Gut. Ja, wir gehen. Ja, wir gehen. Hattet ihr jetzt schleimige Gedanken? Ja, ja, das sah so aus. Das war irgendwie so richtig, wer es wieder geguckt hat. Nein! Oh, wir haben einen... Mission angeschlossen, haben wir geschafft. Haben die meisten auch geschafft mit 98%. Video unbemerkt angehalten. Oh, das haben nur 44% geschafft. Ja, wobei ich dazu sagen muss, wenn wir jetzt nicht da reingegangen... Also, der hat so geleuchtet. Deswegen hab ich gedacht, du könntest mit vielleicht erwürgen oder sowas. Wenn wir jetzt nicht da reingegangen wären... Missionen abgeschlossen haben, aber auch nur 48, 48 haben es abgeschlossen. Besitzbegriffen heißt doch... Ja, gut. Von wem davon? Das wir jetzt mitbekommen haben, mitgenommen haben. Genau. Aber was war der unentdeckte Weg? Wo war denn da noch eine Möglichkeit, irgendwo anders hinzugehen? Vielleicht hätten wir irgendwie, weiß ich nicht, schneller sein müssen, dass sie da nicht verletzt gewesen wäre oder so? Dass sie dann noch da gewesen wäre und noch irgendwas gemacht hätte? Ja, oder oben war noch was und ich hätte mit Aiden dann nicht sofort ins Büro, sondern vielleicht... Oder da war noch irgendwas drin. Da waren ja auch Möglichkeiten, da zu gucken noch vielleicht. Also, ich hätte nicht so schnell da diesen Tresor aufmachen sollen. Hm. Das wäre ja noch eine Möglichkeit gewesen, dass da oben noch irgendwas war. Hm. Toll. Aber eine Sache nicht. Okay. Ich massa nicht. Und jetzt Hello.